Festung. Festung ist ein stark befestigter Bau, der strategisch wichtig ist und zur militärischen Verteidigung dient. Festung ist eine Burganlage, die zur Verteidigung gut befestigt ist. Festung ist oft ein großer Bau mit starken Türmen, mit Mauern, damit ein Mensch sich dort vor seinen Feinden schützen kann. So gibt es Festungsanlagen, Festungswall, Festungsgraben und Festungsbau. Man spricht auch davon, dass manche Gebäude uneinnehmbar war. So spricht man von uneinnehmbaren Festungen. Natürlich, heute spielen diese Festungen kaum noch eine Rolle, denn in den Zeiten von Flugzeugen und Interkontinentalraketen, dort ist nichts wirklich eine ausreichend starke Festung. In manchen Religionen wird auch Gott als Festung bezeichnet. Zum Beispiel gibt es im Christentum ein Kirchenlied, ein evangelisches Kirchentum von Martin Luther. Der sagt, dieses Kirchenlied lautet, eine feste Burg ist unser Gott. Es war mal eines der beliebtesten Kirchenlieder bei den Evangelischen. Es hat eine große Symbolkraft. Sich an Gott zu wenden führt dazu, dass uns nichts anhaben kann. Man nimmt an, dass der Text des Wortes eine feste Burg ist unser Gott angelehnt ist an Psalm 46. Dort heißt es, Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke. Gott ist unsere Festung. In diesem Sinne gilt bis heute. Wenn du dein Leben auf Gott gründest, dann hast du eine feste Burg. Dort kannst du dich sicher fühlen. Egal, was dir weggenommen werden kann, etwas kann dir nicht weggenommen werden. Dein Glaube an Gott, die Verbindung mit Gott, die... Und wenn du diese Verbindung mit Gott hast, ist alles andere nicht mehr so wichtig. Alles andere kann dir weggenommen werden. Aber wenn du ganz stark an Gott glaubst, ganz verbunden bist mit Gott, bist du sicher. Jesus hat auch gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In dieser Welt gibt es so viele gute Gründe, Angst zu haben. Aber Gott ist jenseits dieser Welt. Und daher ist auch Gott wie eine Festung vor allen Ängsten in dieser Welt.